Ich bin der Thomas, ich bin Paketzusteller aus Köln. Wenn die Leute von mir Pakete erhalten und kommen am Lächeln oder begrüßen mich schon, das ist die beste Bestätigung. Zum Ausgleich habe ich mir dann mal gedacht, dass ich dann halt mal singe auf der Arbeit. So sieht es aus hier. Da ist mein Equipment, mein Mikro. Und dann habe ich mich bei TikTok angemeldet. Ja, und so bin ich dann halt zum singenden Paketwoten geworden. Mein Paket ist im Auto. Siehst du das? Aus dem Auto aus, beste Location kann man nicht haben. Danke, dass du da bist. Ich werde heute keine Pakete liefern, sondern ich werde mit meinem Gesang abliefern. Warte mal. Kennst du den wieder? Ey, warte, stopp. Du lieferst mir Post zu Hause. Tatsächlich. Mein Postbote. Ey? Hörst du mich da krass? Ey, wie krass ist das denn? Hä? Mr. P, Herr Lombardi, ja, habe ich mir einen Scherz erlaubt, dass ich meinen Account auf meinen Info-Notizzettel aufgeschrieben habe. Und habe ihn das in seinen Briefkasten reingeschmissen. Und er hat sich tatsächlich gemeldet, war in meinem Live drinne und hat geschrieben, ich habe deinen Zettel erhalten. Ich habe einen Popschlager vorbereitet. Echt jetzt? meinen eigenen Song und jetzt würde ich den gerne präsentieren. Deutsch, oder? Deutsch. Wir lassen uns ein auf das Überraschungspaket mit dir. Ich hoffe es, ich hoffe es. Vielen Dank. Wir zwei, das war doch irgendwie sofort klar. Wir zwei, wir waren doch immer schon unschlagbar. Und ja, ich schwör dir, ich hab noch niemals so gefühlt. Denn bin ich bei dir, bin ich total aufgewühlt. Und ich halt dich fest, weil du meine Seele warm hältst. Zusammengeklaute Scheiße. Und es wird im Leben nichts mehr trennen. Und ich halt dich fest. Ich finde, solche Songs sind der Tod des Schlagers. Standardakkordisch, Standardrhythmisch, immer wieder dieselben Sequenzen. Diese Art von Schlager ist mausetot. Das ist hoffnungslos, hätte der Titel heißen müssen. Ich finde es erst mal sehr mutig, dass du das machst. Und das hat mich sehr, sehr erfreut. Und glaube aber auch, dass der Schlager anders repräsentiert werden kann. Und auch sollte. Ich finde dich sehr sympathisch. Für mich hat es leider nicht gereicht. Irgendwie speziell, außer ein bisschen gute Laune. Das war es aber. Alles gut. Jetzt ging es erst mal um die Musik. Das ist auch das Wichtigste. Aber trotzdem muss ich dir sagen, es sollte viel mehr so sympathische Postboten geben wie dich. Weil das ist, manche schmeißen einfach die Pakete hin. Und du bist so sympathisch, immer mit einem Lächeln. Und das brauchen wir einfach. Beatrice? Einfach, weil ich dich mag. Und ich auch glaube, dass der Schlager andere Facetten braucht. Und ich nicht dich gerne an diesem Song aufhängen möchte, sondern dich gerne mehr entdecken will. Möchte ich dir ein Ja geben. Das ist Liebe. Dankeschön, Beatrice. Loredana? Nein, sorry. Das reicht nicht. Drei Mal nein. Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas. Danke, danke, danke. Thomas, wir sehen uns. Wir sehen uns auf jeden Fall. Danke, Thomas. Wenn Thomas das nächste Mal vorbeikommt, gibt es einen Koffer mit Schokolade. Und ich hoffe, damit ist das alles wieder gut gemacht. Danke, Thomas. Und wenn keiner da ist, stellt es einfach beim Nachbarn ab.